Ja, willkommen zu einem kurzen Video-Unserreiz. Willkommen. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen zur neuen Stammtischrunde, Talkrunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Retro Replay. Ja, Mann. Auch mit Schott kann man Geld verdienen. Äh, echt? Der Freund hat sich ein Zauberer geschnappt, gesagt immer, schick die Alte mal schlafen. Der Commodore C64. Y ist also pass. Grün. Wir melden uns zurück mit den neuesten Informationen. Metal of Honor Frontline auf der Playstation 2. Äh. In der Happy Hour. In der Happy Hour? Die ist wann? Die letzte Stunde. Die letzte Stunde. Diablo 3 ohne Diablo. Weiß mal Pizza Diablo, bitte. Moment, wer ist Deutscher Meister 1994 geworden? BVB? Bia. Ach Gott. Und weißt du was? 95 auch. Hallo. Ich bin Doktor Arzt. Ja, im Grunde genommen. Kann er dich überfahren? Jede Waffe ist eigentlich gut. Ja, wenn man nicht aufpasst. Bei sowas stellt man sich die Frage. Hm, wo ist der vierte? Musik nervt auf Dauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Scotty, beam ich hoch. Auch das funktioniert leider nicht. Bis zum nächsten Mal. Gut, dass er das gesagt hat. Und auch bei uns gibt's einen. Und bis zum nächsten Mal. Ob euch das Video gefallen hat oder nicht, lasst trotzdem ein Abo da, denn wir brauchen euren Support. Danke und bis bald. Musik Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020